Ich fange jetzt wieder an zu reden, wenn du wieder Krach machst. Also, wir bauen ein... Ich seh schon kommen. Monego. Oh mein Gott. Tend, please talk to me. Anyone, I have no friends. Immer wenn ich Thumbnails lobe, gibt es auch ein paar Stimmen, die sagen, dass das doch überhaupt nicht... Ist alles nichts, überall blitzlicht, doch heute blendert's mich... Nasty bitch, nasty bitch, nasty bitch, nasty bitch... ...Jugend, die bereits seit vier Stunden einer riesen Glühweinrausch in der Forzen hat, doch noch an einer Herz... Am Ende der Reihe sieht das Gehäkelte dann so aus... ...schneidet es aus, legt es dann auf das Backpapier und bedeckt es mit Heißleim ab. Und hier nochmal vom Bauknecht. Ist das ein Wäschetrockner? Das ist ein Wäschetrockner. Das ist ein Wäschetrockner. ...Restaurants hier rumsitzen und wilde Pläne machen, was man vielleicht eines Tages... ...schneidet es für heute, wie es hier aussieht. Ja. Ich versteh nicht, warum... So Leute das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Vergiss nicht mich auf Instagram anscheinend scharf zu sein Freunde. Ich hole mal ein Stück Papier. So, testen wir. Well, it is the end of another crazy week. And since there's... Kilo Kokosnuss befördern wir nun Resalt in die Tonne. Eine Spreise Spaß darf natürlich auch nix. Kalou gegen Augsburg mit dem Last-Minute-Treffer zum Ausgleich. Und das wird belohnt mit dem Start-Elwein. And on the web lately says maybe she'll be my Gwynn, Stacey, the Spider-Man. Hey. Alla vatmas von dir. Kannst mir die umge. Zat me. Hey, hey dediler. Ülkesine ihanet me etsin. Oy, yüzlerce kişinin hayat. Hallo, ich habe Süßigkeiten. Nicht, dass ich in Islam bin. Was denkst du, worum ihr den Koran gekauft habt? Könnt ihr gucken, wenn ihr ein Flugzeug habt? Und ja, es geht halt so. Okay, ich kann nicht mehr. Aber was ist deine beste Reaktion, wenn die Leute fragen und natürlich leiden? Ich rechne, wie alt wir alle zusammen sind und Leute, ich kam auf die Zah- Du hast gemerkt, wie Tim die Schuhe nicht ab- Es ist keine Verarsche, die Handschuhe kann man nicht durchschneiden. Ich bin ein kleines Stück. Nina, unser Freund. Ein настоящiger Freund. Oh, es wird überwacht. Also wir vermuten, dass es hier durch den Todesfall einfach dazu gekommen ist, dass das Gebäude sei. Akanyoko auf Özil. Ja, das sieht gut aus. Achso, willst du das haben? Okay, warte mal kurz, warte. Ja, typisch Mittelspursteig. Ach, Handschuhe sind scheiße, kann damit nicht. Es kommt ja eh nichts bei rum. Also du hast ein Video gesehen, du hast alle gesehen sozusagen. Ich verstehe es einfach nicht. Los, Bro, ich ziehe den Besten aus dem gesamten Stream of the Week. Ich bin sowas von rot. Der ist glaube ich 400. Elisabeth Härte 67 war am zweiten Advents. Die andere Theorie besagt, dass von jedem Mensch, besonders Kindern, eine seltsame Energie aussieht. Ah, das ist ein Ding. Versuchst du vor anderen nicht blind zu wirken? Äh. Peter Stilber. Und mit ihm sprechen. Diese Aktion diente für den starken Support seiner Ender.